Ich bin in Holland gezogen, ne? Ich bin der Piotr und da haben wir gleich gerne. Danach haben wir Jérôme Doppeltan, dann Mario Stebens, dann Vaudjan van Beschlans, allesamt schnelle Reiter. Es geht weiter mit schnellen Runden, auch wenn sie nicht ganz so schnell war, Feli von Christian Amann, aber trotzdem noch einmal eine weitere schöne Nullrunde hier, aber das von Christian, das war schon ein absolutes Ding, oder? Fast noch einmal eine Sekunde schneller gewesen.